Musik Wir präsentieren Ihnen heute ganz kurz Daten der Global Observation on Donation and Transplantation. Verstorbene Organspender pro 1 Million Einwohner im Jahr 2016 in Europa. Diese Daten zeigen sehr eindeutig, wo Deutschland steht. Im Jahr 2016 fanden sich in Deutschland 10,62 verstorbene Organspender pro 1 Million Einwohner. Damit liegt Deutschland in Europa an Platz 27. An erster Stelle steht Spanien mit 43,8 verstorbene Organspender pro 1 Million Einwohner. Gefolgt von Kroatien, Portugal, Belgien, Frankreich, Island, Österreich, Finnland, Tschechien, Weißrussland, Italien, Litauen, Großbritannien, Norwegen, Malta, Slowenien, Schweden, Ungarn, Estland, Dänemark, Irland, Niederlande, Polen, Lettland, Schweiz, Slowakei und dann auf einem sehr unrühmlichen Platz Deutschland. Hier gibt es also einiges zu verbessern im Jahr 2018. Weitere Informationen entnehmen Sie der Homepage der Global Observation on Donation and Transplantation www.transplant-observatory.org Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung. BR 2018